Vielen von Ihnen steht ein langes Wochenende bevor, denn am Donnerstag ist der Feiertag Christi Himmelfahrt. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ob es voll wird auf Deutschlands Autobahnen, ja, es wird voll. Los geht es schon am Mittwoch, denn viele nutzen das Wochenende für einen Kurzurlaub in die Naherholungsgebiete, an die Küste oder in den Süden. Auch am Feiertag selbst können die Straßen voll werden. Am Sonntagnachmittag ist noch einmal eine Stoßzeit, dann fahren nämlich alle wieder nach Hause. Im Einzelnen kann es Stau auf folgenden Strecken geben. Auf der A1 von Köln bis nach Lübeck, auf der A2 von Berlin bis Dortmund und der A4 vom Kirchheimer Dreieck bis Dresden. Vor allem betroffen sind auch die Nord-Süd-Verbindungen, die A7 Flensburg über Würzburg bis nach Vössenreute und die A9 von München Richtung Berlin. Voll wird es auch rund um Berlin auf der A10. Gute Nerven brauchen Sie auf der gesamten A3 auch aufgrund diverser Baustellen von Köln über Würzburg bis nach Passau. Weitere Staustrecken sind die A5 Frankfurt in Richtung Basel, die A6 Kaiserslautern bis Nürnberg und die A8 Karlsruhe über Stuttgart bis nach Salzburg. Im Süden ballt sich der Verkehr auf der A93, Inntal Dreieck Hufstein, der A95, München Garmisch-Partenkirchen und auf der Umfahrung von München der A99. Übrigens ist der 14. Mai auch im benachbarten Ausland ein Feiertag, nämlich in Österreich, der Schweiz, Frankreich und den Niederlanden. Deshalb wird auch hier auf den Fernrouten reger Verkehr herrschen. Besonders betroffen sind in Österreich die West-, die Tauern- und die Inntal-Autobahn. Außerdem die komplette Brenner-Autobahn von Österreich bis nach Italien. In der Schweiz wird es eng auf der A2 von Luzern nach Chiasso und der A1 von St. Gallen bis Bern. Bei schönem Wetter sind nicht nur immer mehr Autos, sondern auch Motorradfahrer unterwegs. Geben Sie gut aufeinander Acht und fahren Sie rücksichtsvoll. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt.